Es ist eines der schönsten und atmosphärischsten Konzertplätze, die ich erlebt habe über all die Jahre. Es ist wahnsinnig schön, eine großartige Idee, mitten in der Stadt und doch versteckt, hier unter diesen riesigen Bäumen ein Konzert geben zu dürfen. Ich drücke fest die Daumen, dass das zur stehenden Institution über die nächsten Jahre wird. Vielen Dank.